30. Juni 2021. Wir sind fünf Meilen von Bara de Navidad entfernt, spielen schon schön den ganzen Nachmittag hier Karten. Aber an unserem Abfahrtsort vor drei Jahren ist es jetzt nämlich schon der erste Juli. Das heißt, Annette und ich, wir sind drei Jahre unterwegs. Wir beide sind drei Jahre unterwegs. Und jetzt guckt euch doch mal das erste Video an. Das ist hier oben. Und dann schreibt uns mal, haben wir uns jetzt echt verändert? Bisschen schon. Wir haben längere Haare. Ja, auch. Was haben wir denn noch? Braue. Was haben wir denn noch? Also schreibt mal in den Kommentaren, was euch auffällt, wenn ihr das allererste Video seht und das jetzige Video seht. Wir freuen uns darauf, das zu lesen, was ihr zu berichten habt. Also abgefahren, sind wir zu zweit und jetzt? Ist die andere Nervenbacke hier noch, Anna. Sind wir zu dritt? Die Nervenbacke mit dabei. Er hat die Säge noch mit an der Backe. So.